Vor allen Dingen, Startups klagen über Bürokratie. Bürokratie ist wie eine Hecke, sie wächst von alleine und muss deshalb immer wieder mal auf Stock gesetzt werden. Wir als Freie Demokraten sind deshalb für das One-In-Two-Out-Prinzip. Das heißt, kommt ein neues Gesetz, müssen zwei andere Regelungen, die Erfüllungsaufwand für die Menschen bedeuten, abgeschafft werden. Etwa die Aufbewahrungsfristen für Unternehmen, damit könnte die Wirtschaft um 3,3 Milliarden Euro entlastet werden. Oder die Buchführungsfristen, die Buchführungsregeln, die könnten vereinfacht werden. Also kurzum, ein neues Gesetz und zwei alte müssen weg. Dafür steht die FDP.